So, wir machen heute das allererste FIFA 14 Pink Slips Turnier. Oh, ich habe Ribery, er hat einen Robben und wir werden heute mal miteinander jetzt ein bisschen Ultimate Team zocken und gucken wir mal, wer den besseren Spieler von Bayern gewinnt, oder? Ja, Commander Lacker. Und jetzt zeigen wir euch mal hier die Tore, die schönsten Eindrücke von dem Spiel. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und heute gibt es FIFA 14, das allererste Pink Slips Spiel und zwar Modern Consumer gegen Commander Krieger. Er hat, ja, Robben aufs Spiel gesetzt und dazu noch den Lewandowski. Ich habe an meiner Stelle Ribery und Lahm aufs Spielchen gesetzt und hier seht ihr auch gerade mein Team, das ist die Aufnahme vom Consumer, weil meine irgendwie ein Problem hatte. Mandzukic, Kiesling, Ribery, Götze, Müller, Gündogan, Fuchs, Santana, Dante, Lahm und Neuer. Das war das Team, was ich mir in mühevoller Kleid dabei zusammengezogen habe. Das ist ja schon ganz ordentlich, muss man einfach mal sagen. Genau, und damit habt ihr auch schon meinen Gast vom heutigen Commentary gehört, der Chris von Pete's Meet. Hallöchen. Hallöchen. Kann ich dir mal zugucken, wie du da rumloobst oder was? Genau, und Pink Slips, für die Leute, die es nicht kennen, sieht so aus, normalerweise setzt man seinen besten Spieler ein und der Gewinner kriegt den dann. Wir haben gesagt, Pink Slips Double oder hoch zwei kann man es schon fast nennen, weil die besten zwei Spieler werden eingesetzt und los geht's. Ach krass. Modern Consumer in gelb, ich in schwarzen Trikots. Und wir haben uns auch schon so zwei, drei kleine Themen überlegt. Hier erstmal schön der Abseits-Kollege, der Abseits-Lappen. Ich kann es euch sagen, es werden eine Menge, Menge Tore fallen. Mal gucken, wie viele und auf welchen Seiten. Seid gespannt, kann ich nur sagen. Übrigens, Chris, bevor wir jetzt anfangen, kann ich dir nur sagen, FIFA 14 bockt. Das weiß ich. Ich habe auf der E3 gespielt und auf der Gamescom auch. Ja, also mir hat es Spaß gemacht. Auf jeden Fall, du warst ja leider beim Event nicht mit dabei. Nee. Ihr durftet ja den Ultimate-Team-Modus da testen, mit Packs ziehen und Teams zusammenstellen und die ganzen Neuerungen richtig lange angucken. Also ihr habt ja stundenlange Zeit gehabt. Also das war wirklich cool. Vielen Dank nochmal an EA diesmal. Übrigens, bevor wir jetzt hier weitermachen, jetzt kommt das erste Tor. Ah, Kießling. Der Kießling, dafür ist er berühmt. Berühmt und berüchtigt. Not. So, auf jeden Fall, vielleicht habt ihr schon mein Event-Video gesehen, wo ich neuneinhalb Stunden investiert habe, um dieses ganze Gedönseldöns zusammenzuschnipseln. Auf Facebook gibt es auch ein Foto von diesem ganzen Geschnibbeldins. Und ich muss ehrlich sagen, Leute, schneiden ist definitiv nicht das, was mir Spaß macht. Also definitiv, schneiden ist für den Arsch, oder? Wenn dabei was Cooles rauskommt. Also schneiden ist dann immer so lange für den Arsch, solange man das macht. Und wenn dann das Video am Ende cool ist, dann freue ich mich meistens. Genau. Aber, und da ist natürlich auch so ein bisschen der Punkt, und da gehen wir heute mal so ein bisschen drauf ein, es wird hier immer gemeckert, die Qualität. Die Qualität lässt nach bei den großen YouTubern. Die Laden nur noch Videos einfach hoch. Und bevor wir da jetzt weitermachen übrigens, Freunde. Klingelingeling. Zwei Nuss. Ich glaube, der Basti, der Maulikonsumer, hat da schon gekotzt. Auf jeden Fall, die Qualität lässt ja immer wieder nach. Und man überlegt sich dann, hm, was kann ich denn machen? Jetzt bearbeitet man so ein Video. Und was kommt bei raus? Das Traurige, es kriegt nicht wesentlich mehr Aktionen oder Reaktionen als andere Videos. Und das ist so ein bisschen das Traurige. Gerade auch, ich sage jetzt mal bei euch. Bei wie vielen Videos seid ihr jetzt momentan so beim Tagesupload? 20? Nee, also so 15, 16, irgendwie sowas. Nur? Ja. Okay. Also du kannst davon ausgehen, dass zwischen 1 Uhr und 9 Uhr jede halbe Stunde ungefähr eins kommt. YouTube euch gehört. Naja. Schön wert. Nee, aber auf jeden Fall, das ist ja der Punkt. und jetzt stellt ihr euch vor, ihr würdet jedes Video irgendwie so hoch bearbeiten oder jedes zweite Video. Das geht nicht. Keine Chance. Also das geht einfach nicht. Wenn du da neun Stunden dann rumschnibbelst, worauf du wahrscheinlich hinaus wolltest, ist, dass, also weniger Klicks ist ja nicht unbedingt, also dass es nicht mehr Klicks bringt, ist ja nicht unbedingt schlimm. Aber auch die Likes und all so ein Kram werden nicht unbedingt mehr. Ui, da war in die Wolken gehämmert. Ja, sie werden nicht unbedingt mehr, genau das sagst du. Das heißt, ob man jetzt neuneinhalb Stunden bei so einem Video sitzt, wobei die Leute sehen, sehen ist ja teilweise noch nicht mal, dass man neuneinhalb Stunden da dran gesessen hat, die denken, hm, ja, da warst du jetzt mal eine Viertelstunde dran oder so und hast da ein bisschen rumgelört. Das heißt, sie sehen ja nicht letztendlich, wie viele Stunden oder Minuten man da vorgehockt hat. Klar. Ja, und was ich auch wichtig finde, wie du schon sagtest, man erkennt es nicht. Das heißt, es ist jetzt, wenn man einfach nur im Videomanager guckt, das Video hat, was weiß ich, 20.000 Aufrufe, 1.500 Daumen hoch, die obligatorischen 200 Daumen runter. So, das fällt gar nicht mehr auf. Und da stellt man sich dann so in einer gewissen Art und Weise auch die Frage, warum soll man dann solche aufwendigen Videos machen? Erstens, und das ist mit einer der wichtigsten Punkte, ja, die Pete's Meetings, ich auch und andere YouTuber sind halt so groß geworden, nicht wegen der Videobearbeitung, nicht, weil wir halt einen mega geilen Schnitt reinpacken, sondern einfach nur wegen einem besonderen Punkt und zwar, wir schaffen es, euch zu unterhalten. Und das ist irgendwie, finde ich, das Wichtige. Und da sollte man auf die Qualität Wert legen. Das heißt, das ist für mich zumindest wichtig, dass ihr, wenn ihr von der Schule oder von der Arbeit oder von was auch immer nach Hause kommt, eure Klamotten in die Ecke werft und vielleicht auch einen stressigen Tag habt und ihr bei mir auf den Kanal kommt, dass ihr dann sagen könnt, ey, Freunde, da kann ich abschalten, da kann ich lachen, da kommt mal was über, vielleicht auch mal eine Botschaft mit rein. Nein, das ist für mich wichtig, das ist für mich die Qualität, die ich anstrebe, die ich erreichen will und nicht irgendwie, ja, ob da jetzt ein schöner Greenscreen ist, wo ich vorsitze, etc. Das sind so Spielereien, die ich jetzt nebenbei mache. Ja, auch um mal die Views ein bisschen außen vor zu lassen, also man produziert ja Videos nicht unbedingt nur für Views, aber das Spielen und Kommentieren an sich macht ja um einiges mehr Spaß, als sich jetzt acht Stunden da hinzusetzen und dann zu schneiden. Egal, ob Schneiden jetzt einem Spaß macht oder nicht. Genau. Also, da mache ich doch lieber noch, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs, sieben andere Videos. Der PZ-Mikander, da mache ich lieber drei, vier, fünf, sechs, sieben andere Videos. Reden doch mal, Reaktion heißt halt, da mache ich lieber noch ein anderes Video. Ja, und schneid dann halt nicht acht Stunden da rum. Oh, oh, der ist drin, oder? Ja, ist er. Drei, neun. Nice. Der Review. Kann ich übrigens jetzt schon empfehlen, den Ribéry. Das ist ein super Typ. Aber genau so sehe ich es auch. Und was auch wichtig ist, finde ich irgendwie, wir haben damals genauso klein angefangen, wie jeder andere Kanal auch. Wir haben die Videos hochgeladen, die wurden von drei Leuten geschaut. So, dann kamen fünf Leute, dann kamen zehn Leute. Und es ist immer kontinuierlich und immer stärker gewachsen nachher noch. So, man macht sich dann Gedanken, etc. Und letztendlich, was können wir dafür, dass wir so groß sind? Eigentlich nichts, oder? Nö, und ich weiß auch nicht, warum man dann unbedingt sich überlegt, ja, ich bin jetzt groß, muss ich denn jetzt unbedingt was anderes machen? Ich meine, erst never change a running system. Und warum sollte ich denn was anderes machen? Ich meine, die Leute, hast du ja auch schon gesagt, die haben dich dann abonniert oder gucken die Videos, gucken da mal rein, weil die halt so sind, wie die sind. Und nicht, weil die sich denken irgendwie so, boah, vielleicht macht der ja mal in einem Jahr irgendwie geile Videos. Genau, es kommt keiner auf den Kanal, der sagt, boah, Alter, sind das scheiß Videos. Aber den abonniere ich mal, vielleicht macht der irgendwann geilere Videos. Das macht ja keiner. Ohne Spaß, der Adler hat aber echt gut gehalten, muss man einfach mal sagen. Der Adler ist auch eine Bombe. Ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, warum ihr zum Beispiel Pete's Meet abonniert habt oder mich. Würde mich auch mal interessieren. Einfach mal einen Grund rein schreiben, warum ihr das gemacht habt. Würde mich mal interessieren. Krieger hat uns nicht abonniert, ich weiß auch warum. Weil wir für den zusätzlichen Abo-Box zu sparen. Genau so sieht es aus. Ich habe Pete's Meet nicht mit meinem Hauptkanal abonniert. Philippe übrigens hier. Boing. Nicht mit meinem Hauptkanal abonniert, weil wenn ich die abonnieren würde, dann habe ich da, wie gesagt, am Tag 15 Videos mehr drin. Und verpasse andere Videos. Dafür gehe ich aber so auf den Kanal. Das kann ich mal so sagen. Also ich schaue schon bei euch mal vorbei, ob ich da Lob kriege, ob ich da beleidigt werde. So darf ich mal erwähnen. Dann beleidigen dich, ey. Dann beleide ich dich aber zurück. Ich auch. Anfangs gab es ja mal welche, die irgendwie dran waren. Ja, hier, Krieger und Pete's Meet haben irgendwie Beef oder keine Ahnung, können sich nicht leiden. Ich weiß noch nicht, wie die darauf gekommen sind, aber so Gerüchte entstehen ja immer. Ne, also das ist ja auch sowas. Ich meine, wenn ich mit dem Chris nicht klarkommen würde, würde ich mit dem Chris nicht, nachdem wir die normale Amerika-Tour gemacht haben, nicht noch irgendwie zweieinhalb Wochen Urlaub machen. Ja, meinst du die kurzen 2000 Meilen, die wir da gefahren sind? Genau, jeden Tag im Auto neben dem Arschloch. Mann, geht der mir auf den Sack. Wir fahren, ich meine, theoretisch hätte er, als wir in Death Valley waren, einsteigen, wegfahren und dann ist das Problem gelöst. Wir fahren nochmal kurz in die Off-Watch-Strecke. Ja, ich weiß nicht, wo der ist. Der ist irgendwie in die Wüste gegangen, wollte spazieren gehen und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Tut mir leid. Also das ist ja auch sowas. Ich muss auch ehrlich sagen, jetzt so von den größeren Kanälen seid ihr mir am liebsten. Oh, das ist aber, danke, das ist aber ein Riesenlob. Ja. Also klar, ich habe jetzt so hier Cresigno, das Marker, das sind die, mit denen ich täglich zu tun habe. Aber wenn man dann jetzt mal so in die höheren Karitiker-Kanäle geht, da habe ich auch ein liebsten. Ich fand es auch schade, dass du nicht bei FIFA mit dabei warst. Ja, ich war halt nicht da. Ich war nicht mal im Land. Ich wollte es nur nochmal erwähnen. Ja, sehr gut. Ich denke, wir werden noch das ein oder andere Mal FIFA gegeneinander spielen. Oh ja, nicht nur FIFA, wir werden auch uns NBA 2K14 holen. Ja, das werden wir uns auch mal zugenügend geben. Und dann werden wir auf jeden Fall eine feste Serie machen und nicht mal so obligatorisch hier ein Spielchen. Das stimmt, aber wir werden kein Orakel für jeden Spieltag machen. Nee, also das... Nee, da habe ich auch gar keinen Bock drauf hier irgendwie mit Memphis Grizzlies gegen... Was haben wir noch da unten? Charlotte oder so. Charlotte? Haben die überhaupt noch? Nee, ist ja... Charlotte Bobcats. Hier, Brooklyn Nets oder... Nee, wie heißen die jetzt Brooklyn? Die haben ja umbenannt. Brooklyn Nets? Weiß ich nicht mehr. Muss ich nur mal gucken. Die Saison fängt erst im Oktober wieder an. Und dann muss ich mich damit beschäftigen. Wie auch geschmalt. Auf jeden Fall wieder NBA League Pass. Aber hier sind die Fall... Oh. Elf Meter für einen Monarch von Zoomer nach einem Stand von 4 zu 0. Robben mal Punkt. Und ja. Neuer Hälte-Kirsche! Oh, wie ärgerlich bei dem Spielstand. Ja, vor allen Dingen Pink Slips. Da ging es um was. Und wenn man sich mal vorstellt... Übrigens auch ganz wichtig, Leute. Wir dürfen die Spieler nicht behalten. Leider. Ich hätte sie gerne behalten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Accounts sind von EA gewesen. Wir waren quasi in einem eigenen internen EA-Netzwerk. Was abgeschottet ist von der Außenwelt. Und da konnten wir uns die Packs ziehen. Einfach um euch das mal so ein bisschen zu zeigen, wie es aussieht für uns. Um uns schon mal, ich sag mal, anzufixen. Damit wir da Billiarden von Euros reinwerfen. Um uns da ein vernünftiges Team zu holen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, da wird auch wieder ordentlich Geld reinfließen. Was sagst du denn hier Hauptneuerung, Ultimate Team? Hauptneuerung. Also die Schüsse haben sich definitiv verändert. Was heißt das? Von der Schussstärke? Also du kannst jetzt noch weiter drauf machen. Also du kannst jetzt, ich sag mal, von hier rauf pöllen. Was ich hier machen wollte übrigens. Und die Flugbahn ändert sich. Also gerade so Außenrissschüsse oder Vollspannschüsse sind wesentlich. Interessanter. Weil bei FIFA 13 viel zu eintönig, sag ich mal. Genauso auch dieses First Touch. Ja. Das haben sie noch ein bisschen erweitert, so nenne ich es mal. Was erstmal in erster Hinsicht auf jeden Fall komplizierter ist. Wo man sich erstmal wieder dran gewöhnen muss. Aber zum Beispiel, wenn ein Spieler aus dem vollen Sprint jetzt auf einen draufläuft und läuft vorbei. Dann dreht er nicht sofort um wie ein FIFA 13 und wird es hinterher. Nee, der muss erstmal auslaufen und muss dann erst wieder beschleunigen. Was ziemlich nice ist. Ah, okay. Also Vorteil für die Angreifer. Genau. Dann gibt es noch so einen Balleabschirm, was ich glaube ich nie einmal gerafft habe oder nie gemacht habe. Weil ich die Taste einfach nicht kann. Oh, das kriege ich noch. L2. Ja, weiß ich aber nicht mehr. Weil die haben die Tricktaste ja weggemacht. Du musst ja nur noch den rechten Stick benutzen zum Tricksen. Genau. Und das sind für mich so die großen Neuerungen. Übrigens, wo wir gerade dabei sind. FIFA Ultimate Team. Auch noch ein wichtiger Punkt. Ich habe mit dem EA Manager gesprochen. Also dem Community Manager, der da uns betreut. Erstmal schöne Grüße an dich, Sören. Und zwar sieht das Ganze so aus. Die Jungs kriegen ordentlich E-Mails. Ordentlich E-Mails nach dem Motto. Ja, ihr mögt es kaum glauben. Aber mein Account wurde gehackt. Und zwar habe ich Ronaldo und Messi verloren. Und der Typ hat mir noch eine Million Coins abgezogen. Das Ganze ungefähr so zwölf Mal pro Woche. Also ziemlich häufig. Und das Schöne ist, die Jungs von EA können nachschauen, was da wirklich passiert ist. Das heißt, die sehen jede Transaktion in eurem Konto. Und sollte die in eurem Konto nicht passiert sein. Also sprich, sollte in eurem Konto nicht drinstehen, dass ihr Messi hattet und Ronaldo. Und die sind auf einmal weg. Dann bekommt ihr auch nichts. Ganz einfache Kirsche. Im Gegenteil. Da könnt ihr euch sogar noch ordentlich eure Xbox mitbannen lassen. Einfach, ich erkläre es mal in anderen Punkten. Zum Beispiel, es gibt Autobuyer. Autobuyer sind, übrigens hier 5.0, sind illegal. Und sorgen dafür, dass diese virtuelle Welt, dieser virtuelle Marktplatz, was ja schon ein eigener Geschäftsbereich ist, dass diese, ja wie soll ich es am besten sagen, dieser Welt schaden. So, das heißt, EA ist natürlich mit Nachdruck, je größer FIFA wird und die Community wird, desto mehr Leute machen diese Scheiße und desto mehr ist EA hinterher. Und hat da ein gesamtes Team, wirklich, die haben ein Team nur mit Leuten, die sich den ganzen Tag nur um die Leute gucken, die eventuellen Autobuyer benutzen, etc. Und sollte da irgendwo einer gefunden werden, der sowas macht, der wird komplett auf der Konsole gebannt für alle EA-Spiele. Übrigens hier 6.0. So, das heißt, ihr könnt dann nicht mehr Battlefield 4 spielen oder Battlefield 3 oder irgendein anderes EA-Spiel. Eure Konsole oder euer System ist komplett dafür gebannt. Ja, Täter an die Wand und dann an die Klöten treten. Genau, und nochmal anspucken. Für die Ehre. Also, richtig ordentlich. Und solltet ihr wirklich mal irgendwie gehackt worden sein oder so möchtet ihr Coins haben, dann macht das auf dem normalen Wege und geht nicht auf die YouTube-Links, wo dann steht, ja, wurden deine Coins oder möchtest du eine Million Coins haben? Ich zeige dir wie, schreib mir einfach deine Benutzerdaten und dein Kennwort und deine Sicherheitsfrage an E-Mails oder an EA-Support-at-gmx.de oder hotmail.com, weil das ist ein Faker. Und dieser Faker sorgt dafür, dass ihr, ja, alle eure Spieler und alle eure Coins verliert. Was? Und EA muss dann erstmal nachweisen, dass das wirklich Absicht war. Das müsst ihr EA nachweisen. Das heißt, geht nicht auf irgendwelche dubiosen Seiten. Solltet ihr wirklich gehackt werden oder so ein Scheiß, dann geht auf die Seite von EA, also sprich electronicarts.de oder .com auf die FIFA-Seite und da findet ihr schon den eigenen Support. Entschuldigung, da ich jetzt so lange gelabert habe, aber das war mir nochmal, das lag mir nochmal am Herzen, das zu sagen. Boah, hart zu sagen. Das muss man ja leider immer wieder sagen, weil doch eine ganze Menge Leute gehackt werden, weil die, boah, Latte. Geiler Schuss, ne? Also das war jetzt zum Beispiel was, was diese neuen Schüsse angeht, die wären auf jeden Fall, denke ich mal, richtig cool. Da wird es auf jeden Fall auch eine Menge, Menge Tore geben. Auch hier, du siehst, wie schnell der Ball sich wieder senkt. Alter Schwede. Also das ist ja fast von der Mittellinie aus, das ist ja nicht ein bisschen übertrieben. Dann guck dir das Event-Video an, da hat, ich glaube, der Test von, ähm, von, äh, FIFA-Test. Achso. Ähm, der hat da ein richtig ordentliches Ding knapp hinter der Mittellinie nach einem Einwurf gemacht. Also recht ordentlich, das werdet ihr sicherlich auch auf seinem Kanal finden. Ich würde sagen, da hast du auch gerade richtig einen reingesammelt. Ja, gelbrot, da zittert der Fuchs auch, wie er siehst. Das war aber schönes Voll. Ja, also Freunde, das ist noch die Kui-Alpha, also das ist noch nicht die finale Version. Und ihr ahnt gar nicht, wir haben mal so ein bisschen rumgefragt, wie das aussieht, weil gerade so Fehler ist EA natürlich immer heiß hinterher, dass die rausgenommen werden. Ihr ahnt gar nicht, die Leute sitzen da und müssen mit jeder Mannschaft, also auch mit hier Saudi-Arabien und was weiß ich, Korea und so, alle möglichen Scheiß-Spiele machen, um irgendwelche Bugs und Fehlerquellen auszumerzen. Bäh. Ich habe auch mal mit jemandem von Microsoft darüber geredet, warum denn die Publisher und so weiter immer so hinterher sind, dass du Sachen nicht zeigen darfst. Und die meinen wirklich, wenn du halt zum Beispiel eine Beta hast, die Leute checken es teilweise nicht, die gehen davon aus, das ist das fertige Spiel. Und deswegen wollen die halt so oft nicht, dass man Sachen schon zeigt. Ja, übrigens 6-0, drei Schüsse aufs Tor von Basti. Ah, immerhin. Ja, aber 51% Ballbesitz. Ja, und somit habe ich dann Lewandowski und Robben gewonnen. Bringt mir nur leider nichts, weil das Team wieder weg ist, aber das war das allererste Pink Slips Spiel bei FIFA 14, was es jemals auf YouTube und in der Welt zu sehen gibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich verabschiede mich beim Chris. Bedankt, dass du da warst, Junge. Kein Problem, gerne wieder. Und an dieser Stelle Gutschuss mit einem Knutschi von deinem Chris. Tschüss. Ja. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020